Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Von der Eisernen Kuppel zur Steinschleuder. Israels Raketenabwehr. Israels Sicherheit. Die Evolution der Raketenabwehr von der Eisernen Kuppel zur Steinschleuder. Die Geschichte von Israels Raketenabwehr ist eine Komposition aus beeindruckender militärischer Technologie und bedrohlicher Nahostpolitik. Angetrieben von geopolitischen Spannungen und dem Bedürfnis nach Sicherheit vor den ständigen Drohungen, hat Israel ein umfassendes, spezialisiertes Raketenabwehrsystem entwickelt, welches von der weltbekannten Eisernen Kuppel bis zur neuen Steinschleuder reicht. Die Eiserne Kuppel. Die Eiserne Kuppel ist ein wirksames, mobiles Luftabwehrsystem, das zum Schutz vor Kurzstrecken Raketenangriffen und Mörserfeuer entwickelt wurde. Quelle Israel Defense Forces. Entwickelt im Jahr 2011, hat sie sich als eine effektive Maßnahme erwiesen, um die Bewohner Israels vor zahlreichen Raketenangriffen zu schützen. Weiterentwicklung der Abwehr. In den letzten Jahren hat sich die Bedrohungslage für Israel jedoch verändert. Die Nachbarländer Israels haben ihre Angriffskapazitäten zunehmend verbessert, was eine fortschrittlichere, zuverlässigere und effizientere Raketenabwehrtechnik benötigt. Quelle Bezelem. The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories. Dies führte zur Entwicklung und schließlich zur Implementierung der Steinschleuder. Die Steinschleuder. Die Steinschleuder ist eine weiterentwickelte Raketenabwehrtechnologie, die Abwehr von Raketen mittlerer Reichweite bietet und stabiler gegen fortgeschrittenere Angriffstaktiken ist. Quelle Israel Defense Forces. Entwickelt mit dem Ziel, Bedrohungen durch Drohnen, Marschflugkörper und andere fortschrittliche Waffen abzuwehren, stellt die Steinschleuder einen großen technologischen Fortschritt in Israels Raketenabwehr dar. Historisch gesehen hat Israel immer eine proaktive Haltung zur nationalen Sicherheit eingenommen. Die Weiterentwicklung von der eisernen Kuppel zur Steinschleuder ist ein Beweis für dieses Engagement und ein Beleg dafür, dass auch in Zeiten wachsender Bedrohungen die Sicherheit der Bevölkerung weiterhin im Vordergrund steht. Geschrieben von Anita Farke, Sonntag, 14. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.